Ich bin wieder euer Nigger aus dem Kanal zackhaade. Also, ich möchte heute mein Gameplay Video zu einem neuen Spiel Bumbitch machen. Ja, es ist nicht gerade das neueste Spiel in Play Store und ich habe mir jetzt gedacht, ich gebe mir jetzt ein Ruckum, mache mal ein neues Spiel dazu. Aber Call of Duty Black Ops 3 Video mache ich schon noch. Die werden auch willkommen. Ja, dann starten wir mal. Ich tue ja einen Ton her, dass wir ja auch meinen Ton hören. Also, ich habe heute erst angefangen, so eine halbe Stunde gezaugt und ja, habe alles verbessert dabei. Und gut, starten wir einfach mal. Geld und Rohstoffe, ich möchte mal dann. Demanden abholen. Demanden abholen. Das Cashabon. Bauen wir noch eine... ...Kanoneabwehr. Besser. Besser. Der wäre nicht sehr gut eigentlich. Der wäre nicht sehr gut eigentlich. Kommen wir jetzt da hier hinter. Dann Ressourcen. ... ... ... ... Glanzbund, aber die Bumbiches. Heckenschütze oder Hochexplosiv. Erkunden wir mal schnell das hier. Ah ja, das hier ist gar nicht gut. Komm, du kurz schlägert. Komm, du kurz schlägt. Komm, du ist ihre Hand, du bist so schlecht. Komm, du kurz schlägt. Komm, du weißt, es geht noch da oyn. Ich bin jetzt gar nicht fertig, ich hab's noch fast gar nichts getötet. Was? Aber ich weiß jetzt echt schon soweit, dass wir jetzt eigentlich gewonnen haben. Gut, das Rakete brauchen wir nicht einsetzen. Und noch einmal ein Mathe-Sieg in diesem Spiel. Ich sitze zwar noch nicht lange, aber ich glaube, dass ich nicht so schlecht jetzt bin. Schauen wir noch einmal hochhexplosiv. Da kommen wir erst mal. Was ist das denn schon mal? Ui, da ist ein Ding. Das ist schön. Jetzt mal auf das hier. Einschöpfen nochmal. So, dann können wir ihn hier umlich. Wunder so. Ui, 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 ui. Jetzt ist so gut. Dann den Tank da. So, jetzt machen wir noch mal. So, jetzt haben wir nun normalerweise... Dort ist alle frei, oder? Ja. Jetzt hoffe ich mal. Schon mal. Oh, wie schön. Jetzt tun wir mal beim Blick hier rein. Achtung mal. Ui. Abholen. Das hier tun wir nachher kommen. Dann kommen wir das hier einmal. Das da und das da. Dann können wir hier noch eine Schatztour. Schatztour. Ich bin noch eine Tour. Ja gut, dann... Ganat. Ein Schock. Greifen wir jetzt mal an. Der ist ja gar nicht gut. Ach, der ist ja gar nicht gut. Ach, der... Oh ne, da gibt es zwei. Jetzt schießen die es jetzt fast zu drüber. Oh ne, jetzt schießen die es jetzt fast zu drüber. Komm mal an. Ja, jetzt siehst, wenn der hier weg ist, dann habe ich die schon gewonnen. So, dann haben wir gewonnen. Ganat im Schock. Und... Was? Dann gehen wir gleich mit Dotte und... Befreien die Lade. Ups. Die Lade befreit. Dann springt das nicht raus. Kein Verlust. Und ja, dann machen wir gleich weiter. Rattennest. Dann greifen wir die an. Puh. 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 Jetzt machen wir gleich noch eine Kamera, die ist schon frei. Munitionslager erkunde ich jetzt erstmal schnell. Ich glaube nämlich, dass das hier schwer ist. Ich gehe erstmal noch schnell nach Hause, in die Heimatbasis und tue dann schnell Sonja noch ein Boot zu kaufen. Bauen und hier kein Hoch. Verschützung, Ladung und die geht nicht. Hauptsache die auf Level 5, äh 4. Was ist jetzt? Ne, passt eigentlich. Der eine Bombe ist nicht so gut jetzt allein. So kommt, woher ich bitte euch? Überwärts war tödlich. Es geht nur eine. Okay. Oh ne, jetzt habe ich einfach nichts gemacht. Das wollte ich nicht machen. Unsere Vorfahren wurden mit Lebensstatt-Termigramm, die ihnen im Jenseits helfen sollten. Die schwarze Garde plündert die Gräber und nimmt die Statuen mit. Das ist jetzt auch nicht mein Gefühl. Ich habe richtig viel Freude. Also, der Verluste einmal so eins. Das gefällt mir nicht. Das ist ja egal. Was ist denn da, was da drin ist? So, die würde ich jetzt sicher nicht. Dann gab es das Brems und dann, was da drin ist. Und dann wäre es eine Brems-Brems-Brems-Brems-Brems-Brems-Brems. Wollt es. Es ist auch ein Brems-Brems-Brems. Das hier geht jetzt richtig. Das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Das heißt wir haben gewonnen. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. So. Ja, gut. Verluste hasse ich. Außer gehe ich Kirsch entnehmen. Nicht viel will ich wieder haben. So gut Leute. Das war es jetzt mit dem ersten Gameplay von Boom Beach. Ich werde noch mehr machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch eure Spiele kennt oder so. Wo ich zocken könnte. Und dann theoretisch noch mit euch machen. Ich freue mich. Lasst mir ein Abo da. Ein Like und ja. Das war es. Euer Nika aus eurem Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao.